Denkst du, es lohnt sich, Soll zu hoddeln oder sollte man den Pump verkaufen? Relativ gesehen, El Capitan, ist immer die Frage auch, wann bist du denn eingestiegen? Wenn du bei Solana eingestiegen bist, als sie am Boden waren, bei 8 Dollar oder ich weiß nicht, wo der Boden war, dann hast du jetzt super fette Gewinne, 300% in den Bärenmarkt, eincashen, zumindest schon mal zu einem Teil, man kann sein Investment rausholen. Wenn man jetzt derjenige ist, der hofft, dass Solana wieder auf 100 Dollar geht, wäre ich ehrlich gesagt vorsichtig. Ja, bei Solana kommt jetzt ein Handy, wir haben noch eine Runway von dem Projekt, vielleicht von 4 Jahren, 5 Jahren, ich weiß nicht, wie es um das Projekt aktuell da tatsächlich steht. Für mich, das große FTX-Narrativ ist leider raus, damit sowieso der langfristige Investment Case für mich verschwunden, was Solana angeht, plus die Unsicherheit, was die Zuverlässigkeit der Blockchain angeht. Ja, ist eine Beta, ja, ist besser geworden, trotzdem passiert es immer wieder mal, das ist für eine Blockchain sehr, sehr schlecht. Die hatten die nie schon mit NFTs gerade aufgemacht, da ging dann das ganze FTX-Drama los. Und jetzt ist diese Nische eigentlich auch schon wieder sehr, sehr schwach und verschwunden. Ja, es gibt noch eine NFT-Nische, alles schön und gut, aber irrelevant, nicht groß genug. Und da muss ich sagen, in einem Bärenmarkt, wer Gewinne macht oder in einem Bärenumfeld oder in einem schwierigeren Umfeld, nehmt Gewinne mit und auch in einem Bullenmarkt. Bei 3X nehme ich ein Drittel raus, bei 10X, und das ist extrem viel. Und dann ist so wirklich eine altkonzisen Pump to the Moon. 10X ist so viel, nehme ich nochmal ein Drittel raus. Der Rest bleibt Moonback, verkaufe ich nach Gefühl und denke, okay, dann muss ich irgendwann raus. Denn dann macht man Gewinne. Wenn man sich einen Plan macht, wie man sie realisiert, ist eine Daumenregel, die vielleicht hilft, auch bei Solana. Obwohl Solana kein 100X mehr machen wird und auch von hier 10X, finde ich schwierig. No Financial Advice.